so jetzt muss ich mal schauen irgendwo wo es nicht so tief ist wird das gut vielleicht ist hier noch irgendwas vielleicht haben wir glück sieht aber gar nicht danach aus ich glaube das habe ich alles schon abgebaut naja das glaube ich nichts mehr doch hier aber es auch schon eher tief ich glaube hier war ich noch nie ja müssen wir mal schauen wie es mit dem flow tag weitergeht irgendwie will ich den wieder machen und irgendwie nicht das ist irgendwie so ein auf und ab das ist auch gut habe ich da so eine luftblase ach so ne das lasse ich da mal vor allem luftblase naja da gehe ich halt mal wieder in meine luftblase und ich da rein okay ich komme da eh nicht dran und unter Wassersnack kann man auch machen ja eigentlich wollte ich ja schon seit längerem mal wirklich ein video machen über mein auto ich meine das ist eh nicht interessant aber lustig wäre es trotzdem da hätte ich schon geile ideen ja doch mal schauen vielleicht mache ich das mal also das ist hier was anderes so viel habe ich da jetzt eigentlich doch schon ganz schon viel dreistexte achte ich mal es sieht immer so viel aus ist es aber nicht das sind wir auch noch mit so ja was wird dann als nächstes eigentlich anstehen das größere ich schätze mal das nächste größere wird sowieso wieder das halloween special sein ich glaube halloween ist dieses jahr freitag wieder oder gibt es das oder nee nee kein freitag nee blödsinn wartet mal das interessiert mich jetzt so oktober nee montag ja gut aber der erste november ist ja wieder ein feiertag das heißt da habe ich auf jeden fall vielleicht frei das bedeutet vielleicht wieder mal ein live stream ich glaube letztes jahr war es auch ein live stream ich weiß gar nicht mehr ja doch letztes jahr war es ein live stream vorletztes jahr war es war es glaube ich vier drei oder vier horror maps die ich einfach so hoch geladen habe aber naja müssen wir mal schauen weil 2013 zur halloween weil 2013 zur halloween wollte ich eigentlich ja auch so ein wirklich mega live stream machen ja da ich weiß gar nicht mehr was da genau war der live stream war auf jeden fall online aber nicht lang ich glaube den harte wird damals abgebrochen ich weiß nicht über den grund keine ahnung na gut dann bringen wir das jetzt einfach mal wieder zurück und ja so jetzt muss ich kurz überlegen ich habe jetzt vier fünf ne rein theoretisch bräuchte ich noch folgen das ist eben das ding aber von dem let's play habe ich jetzt eigentlich mit dieser folge jetzt die ich gerade mache sowieso mal genug für diese woche ich meine mehr geht immer wie früher im ersten projekt das ich je hatte war ja let's play together minecraft da haben wir jeden tag ungelogen jetzt wirklich jeden tag mindestens eine halbe stunde aufgenommen durchgehend und das in drei parts wie jetzt das mache ich genau noch so immer noch zehn minuten parts das habe ich genau damals auch immer so geschnitten und hin und wieder waren die sessions sogar wirklich jetzt das haben wir eh am wochen lieber also das war die zeit wo ich selbst noch schüler war das klingt irgendwie so komisch wo ich selbst noch schüler war ich meine ist ja wahr aber ja auf jeden fall haben ja ich habe eindeutig zu viel im Inventar und keine Kohle mehr oh man ja auf jeden fall haben wir da am wochenende oft auch waren manche folgen das haben wir nicht so oft gemacht aber hin und wieder hat da eine folge also eine aufnahme session meine ich ja schon so knappe zwei stunden oder so gedauert doch kommt hin und deswegen sage ich mir mehr geht immer genauso wie beim Geld mehr geht immer ich will mal dass alle Öfen laufen ich meine die haben eh keine Beine aber trotzdem so habe ich hier eine leere Kiste vielleicht sieht eigentlich nicht danach aus nee dann mache ich halt einfach eine wobei so schöne Holt die kommt da hin hier gebe ich das ganze Zeug einfach mal rein ja warte vier gebe ich dir noch eins und dir ja ich sage schon zu den Öfen du kann man natürlich auch machen wobei warte mal so ach hier wäre ein Drogen gewesen naja egal jetzt ist es sowieso schon zu spät ich weiß ich habe hier irgendwie auch alles durcheinander irgendwie ist mir egal so Entschuldigung ich weiß nicht ich fühle mich nicht so gut hört man vielleicht auch am reden ein bisschen habe ich nicht bin ich komplett doof wo habe ich eigentlich habe ich das ins Lagerhaus gegeben ich hatte doch so viele Weizen mit ach ja Leute wie lange es die Map schon gibt Wahnsinn so und du und du und du so haben wir wieder zwei neue ja ich glaube wir ernähren uns jetzt mal eine Zeit lang von Schaffleisch ja kann man glaube ich so sagen gut ich habe jetzt nämlich meine Samen mit ich komme leider bin ich jetzt halt ein bisschen jetzt sehe ich halt ein bisschen aber ich finde es sowieso nicht ok ne dann schau es drauf ja habe ich da jetzt eine zweite Hose ach so ja wie ich ja damals gemacht unabsichtlich naja gut dann danke fürs zusehen und bis zur nächsten Folge bis dahin boah ich bin ach tschau Leute tschau